Zack, zack. Oh Gott. Oh ne. Oh ne. Jojo Leute, jetzt kommt es heute weiter runter in Dary Games auf dem GOMBEL-Server. Ähm, und ja, wir haben das KID DELPHIN. Ähm, und wieder mit dem SPAX CHECK CHECK, was ihr wahrscheinlich wieder alle liebt. Ähm, ne, auf jeden Fall, ich bin mit dem zur Zeit voll off, deswegen, ja, bin ich das schon wieder so ein bisschen gewöhnt. Ähm, ich werde es aber vielleicht bald wieder raus machen, ich weiß aber noch nicht. Aber kann sein, dass ich es drin lasse. Kann auch sein, dass ich es nicht drin lasse. Kommt ganz drauf an. Aber jetzt lasse ich es mal drin. Vielleicht ist es auch nächste Aufnahme schon draußen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist heute, wenn ihr, nein, feil, ne, egal, ne, ne, egal. Ähm, weil wenn ihr das Video, äh, jetzt, also den Tag seht, wo ich hochgeladen habe, dann ist es, glaube ich, Sonntag, Sonntag, dürfte es sein. Ne, Samstag. Ja, Samstag ist es. Da habe ich einen Tag davon ab schon gemacht. Nur so zum Mitschreiben. Stimmt, mit Delfin kann ich ja schnell hier so Wasser hoch. Ich setze mir jetzt gerade auf. So, oh, oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Oh, ne, oh, scheiße. Oh, da hinten gibt es nur Bäume. Ja, scheiße. Okay, wir haben schon mal verkackt. Wir haben noch nicht, normal gehe ich ja immer bei den, ab, so in der Mitte vor den 30 Sekunden zu den 15, gehe ich meistens immer Holz holen, aber... Wieso mache ich das jetzt nicht? Größter Fehler meines Lebens. Zack, zack. Oh, Gott. Oh, ne. Oh, ne. Der hat keinen Aim. Ich schieße überhaupt auf mich. Ah, ich werde nicht bug bei dem einfach. Oh, egal, ich gehe hier weg. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Gerade ist es immer noch schlecht. Ich brauche einfach nur Holz. Einfach nur Holz. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur Holz. Ja, mein Hacker. Cool. Ich will trotzdem nur Holz. Weil ich werde eh gleich geportet. Zack, schon. Okay. Ich warte jetzt nur, bis ich geportet werde. Mehr will ich nämlich nicht. So, klar. Aber ein Diasch wird gut. Äh, ist hier irgendwo in der Werkbank bestimmt. Die Runde ist gerade so ver... Ah, da hinten gut. Ah, ja. Ich brauche keine Sticks. Habe jetzt alles. Äh, dann baue ich mir jetzt mal schön das. Dann das. Und dann noch das dazu. Ja, läuft bei uns. Äh, oh Gott. Das ganze Inventar wieder sortieren. Ich habe ihn gehört. Was ein... Ja, der hat nix. Das war eine schlechte Entscheidung für die. So, ich sehe mal wieder wegen meinem Mikro gar nichts. Ich schiebe das mal so hin. So. Ähm, da ist jemand. Ähm, das ist nicht nur einer. Das sind mehrere Leute. Uh. Aber ich... Ja, ich warte, glaube ich, auf eine... Soll ich warten oder... Ja, ich baue mir schnell was. Aber zum Glück ist der Typ vor und wieder. Bar war fertig. Geile Name auf jeden Fall. Boah, jetzt rennt der weh. Ja, lasst das Wasser halt da. Mir egal. So. Spring, äh, ich sage zu dem schon automatisch irgendwie... Aus dem Gedächtnis ja, Penguin Kit. Aber, äh, das Delphinkit finde ich eigentlich voll geil. Im Wasser so. Ich hätte dir auch gleich Penguin Kit nehmen können. Ernennen können. Aber, gut. Aber angeblich soll dir ein Penguin Kit kommen. Äh, Penguin Kit kommen. Habe ich ihr, glaube ich, schon mal erzählt. Uyu, kannst du kommen? Ich werde dich auseinandernehmen. Ich werde mal einen Schneeball zu, Alter. Ohne Witz. Braue ich alles nicht. Äh. Schneeball auch weg. Ähm. Lava einmal habe ich kein da. Nein. Äh, ich packe einfach alles in die LHZ. Die geht dann eh irgendwann weg. So, das nicht. Das, 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 das. Das. Das, das. Okay, jetzt kann das hier über die Kiste, Freund. Das ist natürlich dumm. Ähm. Ähm. Zack, 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 so. Ja, verschlechter. Scheiße. Ähm. Und ja, auf jeden Fall, der Livestream weiß ich ja, wie gesagt, noch nicht, ob der cool war oder ob der nicht so toll war. Äh, weil ich den halt noch nicht gehabt habe und so. Ähm. Und deswegen ist das schlecht so aussehen. Nicht wissen, das zu sagen. Weil ich noch nicht mehr weiß, wie der werden kann oder werden wird. Das ist natürlich sehr schlau. Äh, zack, zack. So. Ähm. Und ja, wenn man bei dem Livestream einstellen geholfen hat, das war, by the way, Verium. Ich sag's dir einfach nochmal, wo ich's einfach in dem Video schon so in die Beschreibung gepackt hab. Aber nur für die Leute, die das Video da jetzt nicht geguckt haben. Ja, die haben wir dann auf die Leiste verpasst, oder? Ja, nochmal schon. Ja, wo werde ich denn die ganze Zeit geputiert? Ah, jetzt. Den geht's jetzt aber dran. Mh, der wird jetzt zermetzelt. So, wo ist der? Da hinten. Na, wer weitergerannt, glaub ich, hätte ihn getroffen. Stimmt, oh. Oh, das geht. Geht das, wenn das zu fließt? Ja, geht. Oh, Mann, ich hasse das mit den Enderpennen. Ich hasse es, ich hasse es. Oh, oh. Ich hasse es. Oh, nee, es war dumm. Oh, nee! Bitte tausch mich. Es war sehr dumm. Ich bin grad... Oh, oh. Ich brauch nur einmal getroffen. Oh, er wird getauscht, glaub ich. Nein! Oh, nee. Es war grad voll die Ferienrunde, aber ich muss sie jetzt nehmen, ähm, weil... ich jetzt schon wieder so ein bisschen unter Druck bin und ich heute noch, also jetzt ist kurz vor dem Stream so, ähm, und ich heute noch Longboard fahren wollte, ähm, vor dem Stream, also es ist grad 11 Uhr. Ähm, ja, ich hoffe, ich hatte viel rundig verliehen, ähm, morgen gibt's dann wieder geilere Runde, sobald Games, wo ich zwar noch nicht abgenommen hab, aber ich verspreche euch, die wird geil. Ähm, und ja, auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat, lasst gleich da, ähm, obwohl es jetzt nicht so gut war, aber, Entschuldigung, ähm, ja, auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat, like da lasst, wie ich schon gesagt hab, und, ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!